Wir sehen uns jetzt in Liberale 2. Los geht's! Alex kommt mit vorne. Und jetzt ist es so, zurück. So, wo ich mir gerade mal etwas über 60 starten habe. Die besten 33 weiter. Geistig ist auf der 2. Finale. Und die weltbesten Reihen haben wir zusammen gemacht. So, wir werden ins Sengifinale. Wir können dann auch ein bisschen länger schaffen. Einmal Ries auf den Arsch. Nachdem wir hier noch ein bisschen. Wir kriegen jetzt noch die Hilfe. Wir sind ganz sehr gut. Und dann haben wir noch einen Haftflip. Und die Manuel. Und die Mietze so gut ist. Dennoch kommt die Mietze. Wir können dann von der 1.-3. Wir machen die Mietze. Und dann werden die Mietze. Und dann kommt die Mietze. Das war's für heute. Das war's für heute.